willkommen bei probischnapp.de in unserer relax sessel abteilung zeige ich ihnen heute ein relax sessel der spitzenklasse aus dem hause himmola nämlich 7802 in mikrofaser grau elektrisch verstellbar elektrisch verstellbar hier ist die fernbedienung die fernbedienung ist ganz einfach sie können das kopfteil verstellen das obere kopfteil sie können den rücken verstellen nach hinten nach vorne und sie können das fußteil verstellen und sie haben hier die taste wo rücken wo rücken und fußteil gemeinsam geht die schnelltaste quasi das ist ganz angenehm weil ich brauche nicht so viele knöpfe drücken pflegelechte mikrofaser unheimlich sanfte und leicht wirkende armlehne fußteil kommt richtig hoch jetzt geht der rücken runter ich lasse ihn mal ganz runter mal gucken wie weit es geht so weit geht es und jetzt kann ich mir idealerweise das kopfteil etwas nach vorne holen hier steht die kiste hier kommt das länderspiel ja die fernbedienung kann ich hier aufräumen hier ist die tasche eingenäht da stecke ich es rein wunderbar bequem relax sessel von himmola sind wirklich meines erachtens mit die besten weil einfach die funktionen durchdacht sind ich gehe jetzt hier wieder zurück als erstes durch das kopfteil nach hinten die funktionen sind durchdacht die details sind durchdacht die qualität stimmt gerade bei funktionsteilen sollen sie nicht billig sachen kaufen weil ich garantiere ihnen die funktionen halten nicht lange bei himmola schon das ist der marktführer im relax sessel bereich die haben sehr viel erfahrung die wissen wie es geht die machen schöne sessel der sieht schlank aus der sieht hochwertig aus das wäre noch was für sie ein relax sessel für sie ist die größe medium passt also auch für mich mit meter 83 passt aber auch für personen mit 1 75 und 1 85 relax sessel von himmola ein stück für sie in mikrofaser grau ich würde sagen ja schnappen sie zu und tschüss